Hallöchen, wir haben es jetzt gleich drei Viertel zwei und ich habe mich jetzt mal fertig gemacht. Ich bin nämlich heute mit Migräne aufgewacht und ich wurde immer schlimmer und ich habe es einigermaßen gerichtet. Ich habe ja schon alles vorbereitet zum Plotten, will ich heute den Rest her machen. Ich habe aber vorher noch ein Paket fertig gemacht, den ich jetzt jetzt sicherlich wegbringe, habe eine ewig lange Sprachnachricht gehört und beantwortet und ja, ich gehe jetzt mal los zur Werkstation und das Paket wegbringen. Ihr werdet gleich gar nicht die Trackinghose anziehen, brauchen wir gleich eine Jeans anziehen können. Nun gut, das mache ich jetzt noch. Dann ist das nämlich auch erledigt und der Sonntag kann beginnen. Völlig anders ist erwartet. Vorhin war noch sonnig, jetzt ist es grau. Ich bin immer noch für Schnee. Mal gucken. Das Paket ist weggebracht. Was geht jetzt für ein Hause? Was geht? Vorhin war es schlimmer, weil es nicht rausgewollt ist, dass wir nicht gegangen sind. Von daher ist es schon in Ordnung. Und ich habe heute das erste Mal meine neuen Schuhe an, die ich sie gekauft habe. Ich wollte eigentlich wieder grau nehmen. Nikas wollte ich in meine Größe. Dann habe ich sie gesehen. Und ja, was soll man sagen? Es ist lila. Das musste ich mitnehmen. Nikas auch in meiner Größe. So, ich kaufe es in meiner Größe. Hätte ich sie mitgenommen, angezogen und gekauft. Ja, das war halt eine Logik am Ende. Egal. Nach Hause. Zurück. Jetzt ist es mir warm. Bei Schnee wird heute nichts. Das heißt, ich werde jetzt hier, das habe ich gerade vor, basteln. Jene Menge basteln. Den Vlog auf jeden Fall schneiden. Wenn es Zeit ist, noch zu den ersten Teil schneiden. Ich sehe das noch nicht. Mal gucken. Basteln ist das Wichtigste. Den Vlog schneiden ist das Wichtigste. Kann man es weiter genießen. Das mache ich heute. Auch wenn das auch nicht so wichtig wäre heute. Heute Sonntag. Aber basteln ist definitiv wichtig. Genau. Das mache ich jetzt. Sein Ernst. Was hast du jetzt schon wieder vor? Hä? Ich sollte nämlich ein Foto von meinem Puzzle machen. Was genau? Kommst du da jetzt wieder raus? Please? Hallo? Monsieur? Willst du springen ins Feld, bitte? Nein? Ich habe euch noch gar nicht über neue Klopapier gezeigt. Das musste mit... Ihr ratet natürlich nicht warum, ist ja klar, ne? Ich glaube aber, dass auf dem Klopapier selber keine Eichhörnchen drauf sind. Ich habe noch keins gesehen. Ich habe jetzt erst nachgefühlt, dass das andere was leer gekommen ist. Vögelchen, Kaninchen, Hirsche, Füchse. Aber ich habe auch kein Eichhörnchen gesehen. Keine Ahnung, ob welche Beisen werden das erstellt. Muss ja auch. Ich habe beschlossen, heute keinen Vlog zu schneiden. Oder irgendwas zu schneiden. Schaffe ich nicht. Ist eh schon... Jetzt ist es eh schon zu spät. Ah, BALLER! Ich will mich jetzt endlich lesen. Ich habe noch nicht eine Seite heute gelesen. Ah, es wird Zeit für das Mädchen am Eis. Ich weiß noch nicht, warum die deutsche Übersetzung so heißt. Weil, ähm... Irgendwas hat einen ganz anderen Titel. Was dadurch besser passen würde, als das Mädchen im Eis. Weil das war nur am Anfang. Das ist schon lange, lange vorbei. Ja, keine Ahnung. Und jetzt probiere ich mal die Dinger hier. Haben wir gestern mitgenommen. Marshbrille mit Schokolade überzuckt. Ja, genau. Ich hatte vorhin übrigens auch Schogetten mit diesem Lotus Biscop drin. Auch sehr lecker. Ist irgendwie auch neu. Hatte ich mitgenommen. Oh, da steht die nur für kurze Zeit. Und da steht was von Teilen. Ne, ich teile das nicht. Daniel hat seine Flip-Dinger... Er hat so eine Marshmallow von... Wie eine Maja Slip gekauft. Und alles auch gegeben. Hat die alle aufgegessen. Alle aufgegessen! Ich durfte nicht mal einmal probieren. Und er hat meinen Saft getrunken. Ich habe mir einen Saft ausgesucht. So einen Wintersaft. So einen Winterpunschsaft. Ja, ausgesucht. Dann sehe ich den in den Müllchen. Und so... Hast du meinen Saft getrunken? Ähm, ähm... Er hat sich von anderen selbst schon mitgenommen, ja? Jetzt nehme ich da voll einen. Also, ich hätte Lust auf den Wintersaft. Und dann dreht er einfach raus. Unmöglich. Egal. Ich lese jetzt, wo ich über Kapseln... Eben standen die beiden hinter mir. Ja, sie ist immer hinterher gerannt. Erstmal hierher, dann wieder zurück. Jetzt kommt es ja schon wieder. Möchtest du wieder herkommen? Ja. Okay. Bequem hinsetzen, weil jetzt habe ich bestimmt gleich kein... Plast mehr auf meinem Schoß. Und der Akku ist der. Dann macht er nichts. Ich lese jetzt. So, wo ich gerade das Bad sauber mache. Fühlt mir ein. Ich habe euch noch gar nicht unseren Langschlodeckel gezeigt. Ja. Schlicht, einfach Bambusholz. Wir hoffen, dass Daniel nicht wieder kaputt bekommt mit der Popo. Hm, hm, hm. Hallöchen. Ich melde mich dann auch mal so richtig. Oh, was ein Tag. Was ein Montag. Oh, je. Arbeitshause und Aufgaben. Hier tausend Aufgaben. Ich habe endlich wieder meine Haare geföhnt. Das habe ich schon immer nicht mehr. Ich habe ja schon den Vlog für heute und morgen geschnitten. Weil morgen komme ich ja nicht dazu. Morgen bin ich ja quasi von 8 bis 8 unterwegs. Also ich fahre kurz vor 8 los zur Arbeit. Wäre ungefähr um 9 da. Und komme wahrscheinlich erst um 8 nach Hause. Weil wir ja morgen ein Escape-Room-Gedingsich haben. Ich habe morgen ein Mitarbeitergespräch. Da bin ich ein bisschen gruselig. Bisschen bammelig. Aber okay, wird schon. Ich habe auch vorhin die ganzen Buchschnickschnack oder alles an Sachen, die gelauncht werden, am Donnerstag fotografiert. Das fehlt mir nämlich noch das Foto. Genauso wie der Baum-Schnuck. Der Baum-Schnuck. Schnucki. Der Baum-Schnuck am Bäumchen aussieht. Und heute kam. Yay. Pünktlich. Sollte schon Freitag kommen. Aber ist egal. Äh, ja. So sieht also alles aus. Alles fertig. Alles schicki. Die. Naja. Was heißt alles fertig. Die Artikel müssen jetzt nur noch in den Shop eingestellt werden. Da habe ich nämlich gerade mal den Buchbeutel und auch das ohne Anzahl der Artikel. Also, ja. Das ist noch nichts. Ich glaube, in der Datenbank ist auch noch überhaupt nichts. Das muss ich noch machen. Aber ansonsten ist schon mal alles soweit. Die Fotos sind fertig. Das ist das Wichtigste. Den Posting für heute und für morgen habe ich auch schon fertig. Jetzt noch den Vlog für morgen hochladen, das mich schon fertig gespeichert. Ähm. Dann werde ich hier den ganzen Müll. Müll. Zusammensammeln. Und überhaupt. Und in der ganzen Wohnung irgendwie Müll zusammensammeln. hier unten drunter sieht es auch aus wie Sau. Das ist das Nächste, was ich jetzt machen werde. Den Kram, da hätten wir da alles aufräumen. Genau. Ja. Und danach nur noch lesen wahrscheinlich. Ahhhh. Stress. Und Kaffee brauche ich noch. Ganz dringend brauche ich noch Kaffee. Das werde ich, wenn ich das hochgeladen habe hier, werde ich hier eh alles ausmachen. Und dann werde ich mir einen Kaffee machen erstmal. Mein Nachmittag ist Kaffee. Es ist schon 16.19 Uhr. Kaffee machen und dann hier rumwirbeln. Und dann lesen. Jawoll. Ahhhh. Und morgen nehme ich eins von den anderen beiden Büchern mit. Ich weiß doch nicht, welches ich morgen mitnehme. Ich habe noch keine Ahnung. Ja. Mal sehen. Ich benutze zwei Bücher auf der Leseliste. Ich weiß nicht, welches ich nehmen soll. Mal gucken. Wenn ich spontan entscheiden würde ich sagen. Ich werde erstmal weitermachen hier, damit ich lesen kann. Müll ist zusammengesammelt. Ich habe mir ein Äpfelchen aufgeknibbelt. Und ein bisschen Weihnachtskuchen gemopst. Das gebrannte Mandel. Ja, ist okay. Brauche ich nicht nochmal. Mal gucken. Und ich habe noch keinen Schluck von mir Kaffee getrunken. Das mache ich jetzt mal schnell. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Das heißt, ich habe jetzt Zeit zu lesen. Ich habe ja gehofft, oder gedacht, ich würde das Buch heute auslesen. Das bin ich in dem Eis. Aber das wird wohl nichts. Ich habe von Freitag zu Sonntag nicht so viel gelesen. Ich hätte vielleicht da andere Sachen gemacht. Wenn ich in der Woche halt nicht komme. Flotti und so. Für ein paar Ministunden, da brauche ich Zeit für. Da will ich nicht hetzen. Oder wissen müssen, ich muss es schnell machen. Damit ich das wieder wegräume. Und ich will mir da Zeit lassen. Und wenn es den ganzen Tag dauert, den ganzen Tag. Von daher ist der Ankommenslesen da gerade ein bisschen zu kurz. Aber es ist okay. Ich möchte es nur nicht morgen mitnehmen. Deswegen nehme ich morgen ein anderes Buch mit. Weil es mir doch ein bisschen zu schwer ist zum mitschleppen. Und dick und fett und überhaupt. Deswegen fange ich morgen ein anderes Buch an. Jupp. Gut. Erstmal futtern, Kaffee trinken und lesen. Wobei ich gleich beim Essen noch Spirit Dolls lesen werde. Da bin ich übrigens inzwischen bei. Lass mich kurz schauen. Ähm. Bei 52 Prozent. Und ich weiß noch nicht so genau, was mir die Geschichte jetzt sagen will. Was der Sinn und Zweck des Ganzen ist. Und was das ein bisschen komisch ist. Ähm. Ich muss also meine Wünsche so runtergenommen. Weil ich nicht weiß, ob ich mir das wirklich als Printbuch kaufen möchte. Bis jetzt eher doch nicht. Ähm. Ja. Mal gucken. Google hat mir gerade was angezeigt. Also mein Handy. Generell. Nachrichten gelingen sie. Wir. 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 Wir bekommen in Berlin eine Magnetschwebebahn. Bitte was? Okay. Okay. Baubeginn für 2026 geplant. Ähm. Okay. Eieieiei. Hier ist was los. Vorrücker Tag. Ich melde mich ja auch mal kurz vor 10. Es ist gleich Schlafenszeit. Oh Gott. Nein. Ich bin nicht erst jetzt nach Hause gekommen. Ich bin vor. Etwas. Nicht ganz zwei Stunden nach Hause gekommen. Kurz nach. Acht. War ich hier. Um zu vierteln nach oder sowas. Ja. Mir tun einfach die Beine weh. Und dann gestanden da heute. Naja. Aber es war gut. Wir haben eine Escape Room besiegt. Yes. War gut. War echt gut. Äh. Vor allem. Wir kamen da rein. Und wir wurden ausgelostet in welche Räume. Nicht die, die ich mir gewünscht habe. Da war ich nicht drin. Aber das war trotzdem klasse. Und ähm. Wir kamen dann da rein. Und das war so klein. Ja. Das geht noch weiter. Man sieht's nur nicht. Man kommt noch andere Räume. Das war richtig gut. Das war richtig, richtig gut. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und jeder hat irgendwas gemacht. Und nicht irgendwer hat da nur rumgesessen und rumgestanden. Also jetzt geht's eh nicht rumgestanden oder so. Alle haben mitgemacht. Ich hab mich so oft erschrocken. Wenn ich da irgendwas geklickert habe und neben mir irgendwas aufgegangen ist. Oh. Das ist ja. Pfff. Ja. Aber es war schon richtig toll. Ja. Verbindung war auch gut. Nach Hause. Auch nur einmal umsteigen. Erst mit dem Bus fahren. Und dann mit der U-Bahn. Und dann war schön. Genau. Ja. Jetzt sitze ich hier. Ich hab auch unterwegs mein Buch angefangen zu lesen. Und zwar Flashback. Mit gestern Daniel entscheiden lassen. Wechseln den beiden Büchern, die auf der Leseliste stehen. Als erstes lesen soll oder mitnehmen soll. Er hat sich dann für Flashback entschieden. Und ich muss sagen. Ich hab jetzt sieben und drei Seiten nur so gelesen. Und es ist noch nicht wahnsinnig. Irgendwas passiert oder sowas. Nicht wirklich. Man hat schon eine Ahnung. Eventuell. Mhm. Mal gucken. Aber ich schreibe sie schon mal ganz gut. Ich liest sie ganz gut weg. Von daher passt es. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Was ist denn damals passiert? Und was stimmt wirklich? Also es ist immer so zwei Personen, zwei Aussagen. Und welche stimmt denn jetzt nun? Da bin ich jetzt richtig gespannt. Weil vor zehn Jahren hat sich eine Freundin von denen das Leben genommen. Und darum geht es erstmal. Was ist da wirklich passiert und überhaupt. Und welche von den beiden Freundinnen, die eigentlich jetzt seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr hatten. Und sich wieder treffen und darüber auch mal kurz sprechen. Wer von den beiden hat recht? Hm. Spannend. Also wie gesagt, es passiert noch nicht so viel. Es ist auch noch ein bisschen. Rückblenden und so weiter. Von früher so ein bisschen. Jo. Mal sehen. Genau. So. Jetzt mache ich mich fertig. Heute schlafen. Wahnsinn. Richtig viel gemacht heute. Naja. Lange gearbeitet. Mitarbeitergespräch gehabt. Lief auch ganz gut. Und. Neutral noch. Sehr neutral. Aber es ist okay. Wenn ich immer noch Bammel habe und alles. Aber gut. Ich hoffe es wird. Ich hoffe es wird. Ich hoffe es wird. Ja. Und ab vier konnte ich mich gar nicht mehr konzentrieren auf irgendwas. Ich war so fertig. Ich bin nicht gewohnt spät zu arbeiten. Und hinfahren war ja auch schon katastrophisch. Ich bin also eine Stunde später los. Und ähm. Dann war die Uwe noch nicht da. Und dann kamen sie erst vier Minuten später. Ich hatte einen Nutzplatz gehabt. Da habe ich mich schon gefreut. Dann kam die Durchsage. Während das dann kam die andere Uwe auf der anderen Seite. Ähm. Bitte nutzen sie die gegenüberliegenden Gleis. Hier muss eine Person entfernt werden. Oder wurde ich so gesagt. Ich so okay. Ich war dann kurz nach neun auf Arbeit. Habe nach neun am Nougat-Crossion gekauft. In dem Bäcker stand da. Genau. So. Und jetzt geht es in die Haier. Ich bin so wieder. Oh. Das war gut. Es hat richtig Spaß gemacht. Doch, doch. Ja. Na gut. Dann sehen wir uns morgen wieder. Uuh. поз pearl. Tschüsp лю. Wir lücken euch ganze Zeit.